Am Donnerstag stellt sich ein neuer Gärtner vor. Bonjour. Mein Name ist Jacques. Ich bin Kunstgärtner. Na bitte ein Froschverzehrer. Wie schön, ein Franzose. Ja, wie erfrischend. Was kann er denn, der Kunstgärtner? Voila. Was ist das? Ein Baguette. Das ist eine Affront. Ein Skandal. Ich find's nicht schlecht. Ja, das ist Kunst. Kann er denn noch andere Figuren? Kaiserliche Ohheit, ich bitte Sie. Ich schneide Ihnen jede gewünschte Figur in Ihrem Busch. Oh, schade. Wir haben uns gestern erst rasiert.